Der Sommer steht vor der Tür, du möchtest dir ein T-Shirt selber besticken oder du möchtest dein eigenes Logo, deine Brand auf ein T-Shirt sticken, dann gebe ich dir in diesem Video alle Infos von welches T-Shirt ist überhaupt geeignet und wie kommt mein Motiv als Stickdatei auf die Stickmaschine bis zu wie bekomme ich ein optimales Stickbild. Viel Spaß! Starten wir mit dem T-Shirt. Natürlich gilt das Video auch für Pullis, für Hoodies, für Polos. Hier kommt möglicherweise eine andere Stabilisierung zum Einsatz, aber das Grundprinzip ist identisch. Wichtig zu wissen ist, dass sich zu dünne T-Shirts nur bedingt zum Besticken eignen, da sie entweder durch das Besticken löchrig werden oder das Stickbild einfach zu schwer ist, sodass das T-Shirt komisch runterhängt, wenn du es halt trägst. Deshalb sollte dein Stoff schon, also dein T-Shirt-Stoff schon eine Grammatur von mindestens 200 Gramm pro Quadratmeter haben, im Idealfall dicker, vielleicht sogar an die 300 Gramm einmal gehen. Auch hier gilt, je stickintensiver dein Motiv, desto dicker sollte eben auch dein Stoff sein. Bevor wir uns mit der Erstellung deines Logos als Stickdatei beschäftigen, sprechen wir noch kurz über Stickmaschinen. Vielleicht hast du bereits eine Stickmaschine, dann kannst du einfach vorspringen, also vorspulen in diesem Video. Für alle anderen, eine Stickmaschine sieht im Prinzip aus wie eine Nähmaschine, nur dass dein Stoff eingespannt wird in so einen Stickrahmen und dann automatisch mit diesem Stickarm sich unter der Nadel bewegt. Es gibt viele kombinierte Näh- und Stickmaschinen, wie zum Beispiel die Jade 35, die Bernet B79 oder eben auch die Sapphire 85, nur um jetzt einfach mal ein paar Maschinen zu nennen. Es gibt auch reine Stickmaschinen, die nur sticken, wenn du jetzt zum Beispiel eine Nähmaschine hast, mit der du auch zufrieden bist. Ansonsten kannst du dir überlegen, vielleicht eine kombinierte Maschine zuzulegen. Zu den meisten Maschinen haben wir auch separate Videos auf unserem YouTube-Kanal gemacht. Die Maschinen unterscheiden sich natürlich irgendwie im Preis und damit dann auch in ihren Eigenschaften. Ich behaupte allerdings, dass du mit fast jeder Stickmaschine ein super Stickergebnis hinbekommst, wenn du die richtigen Materialien und eben auch die richtigen Einstellungen verwendest, die ich dir hier in diesem Video gleich erklären werde. Die einen haben ein bisschen mehr Luxus, die anderen vielleicht einen etwas zu kleinen Stickrahmen. Da solltest du für dich dann die richtige Maschine, Preis, Leistung, was du vor hast, vorab rausfinden. Der wichtigste Faktor in meinen Augen bei der Wahl der Stickmaschine ist die maximale Stickrahmengröße. Einige Anfängermaschinen haben leider nur einen sehr kleinen Stickrahmen und dann eben auch eine kleine Stickfläche, maximale Stickfläche, sodass du hier in deinen Möglichkeiten zu sticken etwas eingeschränkt bist, wenn du auch größere Stickprojekte sticken möchtest. Gibt es eben größere Rahmen 12x12 oder was mit der Sapphire 85 und dem Stickmodul noch dazu kommt 26x20. Oder noch größer, wenn du eben noch größere Projekte sticken möchtest, haben wir hier einen 36x20 cm großen Rahmen. Da lassen sich schon ordentliche Stickprojekte mit umsetzen. Aber groß ist nicht immer notwendig, gerade wenn wir nur ein kleines Logo sticken wollen. Da komme ich aber im Laufe des Videos noch drauf zu sprechen, welcher Stickrahmen sich zum Sticken deines Logos auf ein T-Shirt oder auf einen Pullover am besten eignet. Für mein Vorhaben verwende ich nun die Sapphire 85, wobei du auch genauso gut die Benet B70, B79 oder die Jade 35 oder die Veritas Florence verwenden kannst. Die Maschine, die du hast, mit der wirst du auch ein gutes Stickergebnis hinbekommen, wenn die Maschine gut funktioniert und wenn du eben alle Einstellungen richtig wählst. Dein T-Shirt ist gewählt, genauso wie die Stickmaschine, dann geht es nun an die Digitalisierung deines Logos. Und nun kommt für alle, die sich noch nicht so viel mit Maschinensticken beschäftigt haben, so ein kleiner Downer, denn du brauchst eine Sticksoftware. Auch wenn du dein Logo wundervoll als Vektorgrafik, zum Beispiel in Illustrator oder Pixelgrafik in Photoshop erstellt hast, muss dein Motiv in eine Stickdatei umgebaut werden. Und das funktioniert mit etwas Übung und Motivation in einer Sticksoftware. Also Stiche sind festgelegt, Stops müssen eingebaut werden, wann wo die Maschine einstecken muss. Funktioniert leider nicht so einfach trivial mit einer Vektorgrafik, sondern die Datei muss extra gebaut werden. Und wir nutzen seit vielen Jahren, genauer gesagt seit 2016, die Sticksoftware MySoneNet Platinum oder eben auch den Vorvorvorgänger, da die Software eben nicht nur auf dem Mac und dem Windows-PC läuft, sondern als semiprofessionelle Software unsere Anforderungen erfüllt und es die eben auch seit einiger Zeit im etwas günstigeren Abo gibt, als dass man die Software dann komplett bezahlen muss. Das nimmt dir im Einstieg vielleicht die finanzielle Hürde, denn Sticksoftware ist im Vergleich zu Microsoft Office nicht so weit verbreitet und daher natürlich auch verhältnismäßig teuer, da es nicht so viele Nutzer und Nutzerinnen gibt. Wie bereits gesagt, findest du alle Links zu Produkten, die ich hier in diesem Video verwende, auch unten in der Videobeschreibung. Wenn du nun mehr Informationen zur Sticksoftware haben möchtest, dann haben wir bereits einen umfangreichen Livestream gemacht. Den Link findest du, ich glaube, hier oben. Und für die Erstellung von Stickdateien haben wir außerdem einen umfangreichen Videokurs im Programm, um die Werkzeuge und Möglichkeiten der Software möglichst schnell zu erlernen. Denn wenn du die Software das allererste Mal öffnest, weißt du gar nicht so genau, wo muss ich eigentlich klicken, was muss ich eigentlich machen, um hier eine stickfähige Stickdatei aus meiner Software heraus zu bekommen. Dafür die Kurse und das spart dir nicht nur Zeit, sondern wahrscheinlich auch viel Suchen und viel Nerven. Kann ich dir nur empfehlen, gibt positive Rezensionen dazu. Ja, wenn du auch vielleicht einfach keine Zeit oder Lust hast, dich mit der Erstellung von Stickdateien zu beschäftigen, dann übernehmen wir das gerne für dich auch etwas, was ich sehr, sehr gerne mache, eine professionelle Stickdatei zu erstellen. Und auch den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Aber das Motiv, was wir jetzt gleich hier gemeinsam besticken werden, das ist kein Logo im klassischen Sinne, sondern schaut mal, das ist so eine Welle. Ich kann hier ein bisschen ranzoomen. Diese Welle hat, wie ich eben schon sagte, ein Vollstickmotiv. Das ist eine volle Fläche, die gestickt wird, in der Sticksoftware MySownit bereits vorbereitet. Die MySownit Platinum hat das Modul Digitizing, mit der ich eben auch selber Stickdateien erstellen kann. Auf der linken Seite findest du alle Elemente, die hier gleich gestickt werden. Und dieses Motiv kann ich jetzt entweder per USB-Stick, einmal mit dem USB-Stick von meinem Computer auf die Maschine übertragen. Wenn deine Maschine allerdings cloudfähig ist und MySownit Cloud Connection hat, dann kann ich das Motiv entweder in die Cloud laden, dass ich gar keinen Computer brauche, um die Motive hier auf der Maschine aus der Cloud wieder herunterzuladen. Oder ich gehe oben auf MySownit, gehe auf Send hier oben links und dann sage ich Send Express to MySownit Device. In der Windows-Variante ist die Software auf Deutsch. In der Mac-Variante, weil der Nutzerkreis noch ein bisschen kleiner ist, ist die Software auf Englisch und nicht auf Deutsch übersetzt. Könnte das jetzt Marit an ihren Computer schicken oder eben auf die Sapphire 85, gehe auf Send. Jetzt sollte die Maschine hier das Motiv wie von Zauberhand dann auch gleich anzeigen. Und das hat funktioniert und das Motiv ist drauf und wir können loslegen. Für unser Vorhaben nutzen wir eine Vollflächenstickdatei. Die meisten Logos werden vollflächig gestickt, deswegen machen wir das auch in diesem Video. Und dafür brauchen wir eine ganz besondere, gute Stabilisierung. Und alles weitere dazu erfährst du im nächsten Schritt oder in dem nächsten Schritt. Ich habe mich umgezogen, denn ein wichtiger Punkt, den ich dir absolut ans Herz legen kann, ist bei der Positionierung das T-Shirt anzuziehen, um anzuzeichnen, wo das Logo nachher gestickt werden soll. Weil wenn du das nicht machst und keine Erfahrungswerte hast, dann wirst du es auf jeden Fall zu niedrig oder zu sehr zentriert oder zu weit außen positionieren. Also wenn das T-Shirt für dich ist, total easy, zieh das T-Shirt an, positioniere ein X in dem Fall, wo ich das Logo später haben möchte. Also nicht zu weit außen, aber auch nicht zu weit innen. Wenn das T-Shirt nicht für dich ist oder das, was du bestickst, dann versuch dir eine Form oder eine Person zu finden, die das dann kurz anzieht, dass du es einmal positionierst. Und wenn du in Serie gehst, dann kannst du dir die Position noch einmal mit einem Handmaß zum Beispiel abmessen und sagst, ah, das ist jetzt, weiß ich nicht, 17 Zentimeter von oben. Dieser Stift hier ist ein Aquatrickmarker. Man kann es sehr gut sehen, er löst sich mit Wasser auf. Das heißt, wenn ich da jetzt Wasser drauf machen würde, aber wir sticken jetzt einfach drüber und insofern drüber gestickt oder weggewässert, ist eben alles gut. Das ist nachher nicht mehr sichtbar. Ich habe mich umgezogen. Das T-Shirt liegt vor mir auf dem Tisch. Wenn ich jetzt mein Handmaß verwende, kannst du vom Kragenrand einmal vertikal runtermessen. Da bin ich hier bei ungefähr 13,5. Und wenn ich dann einmal zum Arm rübergehe, da wo der Armansatz ist in der Horizontalen, bin ich bei 16,5. Diese Maße kannst du dir ungefähr merken für die Positionierung beim T-Shirt-Modell und bei der Größe L. Denn wenn du M oder S oder welche Größe auch immer du hast oder ein anderes T-Shirt-Modell, dann gelten natürlich wieder andere Werte. Ohne dich jetzt komplett verwirren zu wollen, denn die Auswahl an Stabilisatoren, die der Markt für dich und für uns alle bereithält, das löst nicht nur bei Anfängern, sondern auch bei Fortgeschrittenen große Verwirrung aus. Deswegen möchte ich jetzt mit dir einmal systematisch alle Optionen, alle Variablen durchgehen, um dein T-Shirt, dein Pullover, dein Hoodie, dein Polo optimal für deine Stickmaschine zu stabilisieren. Ich stelle das hier alles mal gerade so ein bisschen zur Seite. Denn die erste Variable, die du schon weißt, bevor du stickst, ist, was habe ich für ein Motiv? Habe ich ein sehr sticharmes Motiv? Oder das ist das Gegenteil von stichintensiv, wie zum Beispiel dieses Logo hier auf meinem industriell gestickten Levi's Pulli. Das hier ist mit einem dickeren Reißvlies. Wenn ich mal genau gucke, habe ich sogar den einen, es sind zwei Lagen, dünnes Reißvlies, was hier verwendet wurde. Das ist nämlich besonders interessant. Man könnte ja auch ein dickeres nehmen. Das würde ich jetzt einfach mal T-Away Plus zuschreiben. Das ist ein relativ dickes Reißvlies oder sagen wir mitteldickes Reißvlies und gibt es in Schwarz, wenn du dunkle Klamotten, schwarze Klamotten, dunkelblaue Klamotten bestickst, weil es ja dann auch wie hier temporär erstmal dahinter bleibt. Wenn du helle Klamotten bestickst, farbige Klamotten, dann wird in der Regel ein weißes Reißvlies oder weißes Vlies verwendet. Wenn dein zu bestickendes Material, dein T-Shirt, dünner ist, dann empfehle ich dir auch ein dünneres Reißvlies zu verwenden. Der Grund besteht nämlich darin, dass wenn du es später wegreißt und dein Stoff ist sehr dünn, nehmen wir zum Beispiel mal einen Gun, ja, auch wenn wir mal aus der Welt des Jerseys weggehen, nehmen wir mal eine Seide oder sowas. Stell dir vor, du bestickst die wunderbar und hast dann richtig dickes Reißvlies, was du wegreißt, dann besteht die Gefahr, dass du ja eher den Stoff verletzt oder eben auch die Stickerei wieder aus dem Stoff rausziehst. Insofern gibt es auch Tier Easy, ein sehr, sehr dünnes Reißvlies, was ich an deiner Stelle lieber dann je nach Stoff dicke mehrfach verwende, also mehrlage ich, vielleicht zwei oder sogar drei Lagen und die Lagen dann nacheinander einzeln wegreißt, als dass du einmal ein Tearway, also ein Reißvlies komplett wegreißt, ja, du möglicherweise deine Stickerei damit sogar ein bisschen zerstörst. Tier Easy ist ein Evergreen, was ich jedem Anfänger empfehle, weil es sich für die meisten Stickereien eben wunderbar eignet, egal ob es dehnbar oder nicht dehnbar ist, für einfache Sachen, Applikationsstickdateien zum Beispiel, in der Hubstickdateien immer Tier Easy verwenden. Gibt es auch als große Rolle, das hier ist jetzt die 25 cm Variante. Wenn du jetzt den Stoff stabilisierst, dann empfehle ich dir Tier Easy zum Beispiel zu verwenden und zur besseren Stabilisierung vielleicht noch etwas Sprühzeitkleber zu verwenden, denn wenn du jetzt einfach nur Tier Easy hast, dann kann es ja sein, dass der Stoff dann auch beim Sticken so ein bisschen rumrutscht und das gilt es auf jeden Fall zu verhindern. Deswegen diese beiden Reißvliese in Kombination mit einem Sprühzeitkleber nicht zu verwechseln mit einem Sprühkleber aus dem Bastelbedarf, weil der klebt permanent und dieser Sprühzeitkleber, der löst sich nach einer Stunde oder zwei oder wenn du richtig viel sprühst, vielleicht auch erst nach 24 Stunden wieder komplett auf und verliert eben seine Klebkraft. Wenn du sagst, aus Umweltgründen oder welche Gründe auch immer du hast, möchtest du keinen Sprühzeitkleber verwenden, dann gibt es eine Alternative und zwar ist es Filmoplast. Filmoplast ist ein dünnes Reißvlies, vergleichbar mit Tier Easy, nur dass Filmoplast bereits eine Klebefläche beinhaltet. Wenn ich das jetzt einmal öffne, dann habe ich hier auf der Rückseite ein ganz dünnes Reißvlies und das spannst du mit der Trägerfolie nach oben in deinen Stickrahmen einmal ein, schneidest das ab, schneidest hier einmal ein Kreuz rein, wir haben das schon in ein paar Livestreams gemacht, reißt die Trägerfolie ab, der Mittelbereich dann, wo die Folie weg ist, der klebt sehr intensiv und dann kannst du deinen Stoff hier auch aufkleben. Um deinen Stoff zu stabilisieren. Alles, was ich jetzt gesagt habe, gilt für wenig starke, stickintensive Stickdateien. Wenn du stichintensivere Stickdateien hast und das ist das, was wir hier heute im Video gemeinsam sticken wollen, dann empfehle ich dir eine andere Form der Stabilisierung und zwar mehr Schneidfliese zu nehmen. Also Flies, den du, dass du nachher nicht wegreißt, sondern mit der Schere wegschneidest. Das hat den Vorteil, dass auch nach dem Sticken, wenn du das getragen hast und wäscht, durch die mechanische Reibung ein Beulen verhinderst, also ein Ausbeulen. Ich kann das vielleicht mal ganz kurz hier an diesem Beispiel zeigen. Das ist ein T-Shirt, das ich privat trage, auch privat bestickt habe vor meinem Lieblingsfußballverein. Jedenfalls habe ich hier auch nur ein Reißvlies verwendet, obwohl das hier zu den stichintensiveren Motiven gehört. Auf der Rückseite sieht man, man sieht keine Stabilisierung mehr, die hier irgendwie übrig geblieben ist. Das heißt, ich habe es nur mit einem Reißvlies stabilisiert. Hat auch wunderbar funktioniert. Aber wenn du das T-Shirt dann wäscht, dann bilden sich solche Blasen hier am Rand, weil durch das Maschinenwaschen natürlich eine mechanische Reibung entsteht. Ein Verziehen durch Feuchtigkeit, durch Wasser beim Waschen und dann bildet das eben solche Blasen. Das heißt, wir müssen jetzt eine Möglichkeit finden, wie wir ein stichintensives Motiv auch dauerhaft über das Sticken hinaus wunderbar stabilisieren. Und da bieten sich auch mehrere Möglichkeiten an. Und wie gesagt, du musst diese Fliese nicht alle bei dir zu Hause haben. Du wirst immer eine gute Kombination aus dem schaffen, was du da hast. Wenn es eine einmalige Sache sein soll, wenn du sagst, ich sticke jetzt hier 20 T-Shirts, dann würde ich dir empfehlen, vielleicht auch das am besten geeigneteste Material dir dann einmal zuzulegen. Kleiner Tipp noch am Rande ist, dass sich die Fliese, die wir von Sulky oder Bunold haben, die kommen nicht in so einem Blister. Das heißt, ich finde es etwas umweltfreundlicher. Ich lasse dann einfach diese Papierbanderole drum machen, Gummiband drum und weiß eben immer, was das ist. Denn es gibt Materialien, die sehr ähnlich aussehen und sich sehr ähnlich anfühlen, aber unterschiedliche Eigenschaften haben. Der häufigste verwendete Stabilisator ist das Softenshare Plus. Das ist ein Schneidvlies ohne irgendwelche Eigenschaften, dass es von sich aus klebt oder aufgebügelt werden kann. Das ist ein sehr relativ dünnes, sehr weiches Schneidvlies. Eignet sich zum Beispiel zum Stabilisieren unseres T-Shirts wunderbar. Ja, ein Verziehen ist nicht möglich, weil Schneidvlies einfach auch nach dem Sticken dahinter bleibt. Man schneidet den Rand vom Schneidvlies einfach nachher mehr oder weniger sauber ab. Es ist die Innenseite, man sieht es nicht. Da bist du gefragt, wie perfektionistisch du bist oder sagst, sieht man eh nicht. Lasse ich einigermaßen dahinter, dass man so einen Zentimeter am Rand abschneidet. Auch das lässt sich wiederum kombinieren mit einem Sprühzeitkleber. Ich nehme jetzt das Softenshare. Das hat eine glatte Seite. Das ist die Innenseite, dem Stoff zugewandte Seite. Und die Rückseite ist ein bisschen weicher, wenn man es versehentlich andersrum verwendet. Auch nicht schlimm. Das schneidest du mindestens in der Größe deines Rahmens. Im Idealfall ist es nachher nur noch so groß wie dein gesticktes Motiv, weil du es ja nachher abschneidest. Das schneidest du einmal von der Rolle ab, sprühst das mit Sprühzeitkleber ein, klebst es hinter die zu bestickende Stelle auf dem T-Shirt, spannst es dann in den Stickrahmen ein und kannst dann loslegen mit Sticken. Das ist eine Variante bei stichintensiven Motiven. Absolut meine Empfehlung, auf jeden Fall auch den Stoff einzuspannen. Unter der Sorge oder Option, dass möglicherweise dein Stoff nachher ein paar Abdrücke von dem Stickrahmen bekommt. Dem kann man etwas vorbeugen, indem du zum Beispiel Magnetstickrahmen verwendest. Magnetstickrahmen gibt es für verschiedene Maschinen von verschiedenen Herstellern zu relativ hohen Preisen. Auch da musst du für dich entscheiden, lege ich mir mal so einen Stickrahmen zum Beispiel für die Jade 35 Husqvarna Viking Sapphire 85 zu. Liegt glaube ich 10x10 bei 180 Euro oder so so ein Rahmen. Link auch unten in der Beschreibung, schaut da gerne mal rein. Ansonsten die mitgelieferten Stickrahmen oder die normalen Stickrahmen, die du so im Zubehör bekommst, funktionieren auch. Welche Optionen gibt es neben Softenshare Plus? Zwei sehr schöne Optionen. Zum einen haben wir ein Totally Stable. Das ist auch ein Reißvlies, das aufgebügelt wird. Den Stoff wirklich super schön planen, stabilisiert. Finde ich also richtig cool. Eignet sich für nicht ganz so krass stichintensive Objekte. Es fällt eher in die Kategorie natürlich der Reißvliese. Wir wollen ja eine Stabilisierung auch über das Sticken hinaus schaffen, um eben dieses Blasenwerfen, Faltenwerfen nach dem Maschinenwaschen auch zu vermeiden. Welche Optionen gibt es noch? Es gibt ein sogenanntes Ultra Stable. Das ist auch zum Aufbügeln. Ich liebe aufbügelbare Stabilisatoren, weil die eine richtig saubere, glatte, plane Fläche nachher ermöglichen. Das empfehle ich dir eher für dickere Jerseystoffe zu verwenden, weil es verbleibt nachher in deinem Doff von hinten. In dem Fall dadurch, dass es ein dickeres T-Shirt ist, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Nehme ich ein Softenshare Plus in Kombination mit einem Sprühzeitkleber oder nehme ich ein Ultra Stable. Kleiner Nachteil ist, dass das Ultra Stable etwas dicker ist. Das heißt, die Möglichkeit, dass sich das abzeichnet, ist etwas größer. Gleichzeitig ist es auch nicht so super weich von innen, je nachdem, ob man da empfindlicher auf der Haut ist. Ich habe mich jetzt für die Verwendung von Ultra Stable entschieden. Es ist sehr leicht zu verarbeiten und bietet gleich ein gutes Stickbild. Dafür könnt ihr das kleine Primbügeleisen verwenden, was wir auch bei uns im Shop haben. Total praktisch. Auch viele verwenden das als Reisebügeleisen. Und ich schneide jetzt einmal in der Größe des Stickrahmens, weil ich es dann nachher einspannen möchte, ein Stück hier raus. Sieh es einmal so durch. Das obere Stück kann man sicherlich dann auch noch verwenden. Ich bügele jetzt hier mit einer Bügelstation. Man sieht, das T-Shirt ist auf links gedreht. Man sieht hier auch die Markierung. Und hier lege ich jetzt einfach mein zugeschnittenes Teil einfach auf. Nehme mir das Bügeleisen und bügel jetzt hier kräftig, wie gesagt, auf drei Punkte. Und dann kriegt man den Stoff schon sehr, sehr gut jetzt hier stabilisiert. Liegt jetzt hier plan auf meinem Tisch. Hier ist der Stabilisator bereits drunter. Und man sieht jetzt hier im Bereich des Stickrahmens auch zur Positionierung gerade, gibt es entweder diese Positionierungskarten oder du machst es wie ich Freestyle. Denn wir alle sind ja auch organisch in unseren Formen. Und wenn das dann mal so zwei Grad links, zwei Grad rechts, finde ich, ist in Ordnung. Ja, man kann das jetzt auch noch mit einer Wasserwaage ausmessen. Vielleicht mit ein bisschen Druck hier einpressen. Und das Schöne ist, egal was jetzt hier außenrum passiert, ist es mir egal. Denn wichtig ist, dass Innenplan ist und innen glatt ist. Aber wir haben jetzt eine sehr schöne, sehr glatte, stabile Rückseite. Und können jetzt endlich final loslegen zu sticken. Wenn ich hier auf Farbe gehe, kann man die drei benötigten Farben auch sehen. Fährt jetzt einmal in die Mittelposition des Stickrahmens. Und jetzt macht es Sinn, den Stickrahmen anzuschließen und eben darauf achten, dass auf der Unterseite kein Stoff irgendwie fest ist. Weil wenn der einmal festgesteckt ist, keine Chance, den eben auch wieder zu entfernen. Jetzt sage ich, okay, der Stickrahmen ist angebracht. Positioniert jetzt in die Position, wo der erste Stich gesetzt wird. Lege das richtige Garn ein. Da habe ich jetzt so einen Mintfarben gewählt. Ja, das sieht einfach sehr frisch aus jetzt hier im Sommer. Ob das jetzt der Farbe der Welle entspricht. Wie gesagt, du kannst selber die Farben für dein Motiv auch auswählen. Pädel ich jetzt hier gerade einmal ein. Eine Sache, die ich jetzt auch beinahe vergessen hätte und die ich auf jeden Fall beim Besticken von Jersey oder auch dickeren, hochflorigen Stoffen empfehle, ist Solvi. Eine eigentlich wasserlösliche Folie, ganz, ganz dünn, die eine gleichmäßige Oberfläche macht und die das Verbinden des Obergarns mit dem Stoff etwas verhindert und das Stickbild nachher einfach schöner aussieht. Du kannst es mit in den Stickrahmen einspannen. Du kannst aber auch einfach ein Stück in der Größe deines Stickobjektes ausschneiden und dann auflegen oder im Idealfall vielleicht auch noch mit einem ganz kleinen Streifen Kreppband dann einfach auf den Stoff auflegen und befestigen. Dass ich das jetzt gleich nicht noch mit der Hand festhalten muss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich habe es gleich angezogen, um es einfach getragen, dir jetzt auch nochmal zu zeigen. Ich stehe nochmal auf. Von der Positionierung finde ich es wirklich optimal. Du hast vielleicht gesehen in dem Video, dass ich es auf der Maschine dann einen Ticken höher hätte positionieren müssen. Und dank dieses Aquatrickmarkers konnte ich die Markierung dann einfach auch mit ein bisschen Wasser ganz schnell wieder auflösen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Stickergebnis. Diesmal stabilisiert mit dem Ultra Stable. Falls das etwas kratzt von der Rückseite, empfehle ich dir Tender Touch. Link zu den verschiedenen Produkten findest du auch unten in der Videobeschreibung. T-Shirt besticken, Pulli besticken, Hoodie besticken, Polo besticken ist für dich jetzt auch für Stickintensivere Motive überhaupt gar kein Problem mehr. Ich hoffe, das Video hat dir weiter geholfen. Mario und ich sind außerdem jeden zweiten Mittwoch live in einem YouTube-Livestream. Da kannst du deine Fragen auch gerne zum Maschinensticken stellen und wir Makeys in der Schwarmintelligenz versuchen, dann eben auch deine Fragen hier zu beantworten. Ich bin raus, genießt die Sonne, holt mir ein Eis. Ich finde, ich bin gut vorbereitet. Ciao. Ciao. Ciao.